Der Muttertag 2020 begann wie ein Sommertag. Die Sonne schien und zunächst deutete nichts darauf hin, dass sich am Himmel heute noch etwas ändern sollte. Gegen Mittag wurde es etwas windiger, aber es war sommerlich warm mit Temperaturen um 25 Grad. Aber es zeigten sich schon erste Wolken, die allerdings noch harmlos aussahen. Im Verlaufe des Nachmittags wurden die Wolken zahlreicher, aber auch nicht unbedingt bedrohlicher. Ab 16 Uhr konnte ich am Horizont Richtung Westen blickend eine dunkle Wolkenlinie erkennen, die nur langsam vorankam. Gleichzeitig bemerkte ich einen ziemlich starken Wind aus südlichen Richtungen. Das Gewitter kam aus westlicher Richtung und es wehte ein ziemlich strammer Südwind, der sehr warm war. Es wurde immer bedrohlicher am Himmel, ob das Gewitter tatsächlich zu mir kam, wo es hinzog und wie stark es war, das seht ihr dann in den folgenden Aufnahmen. Also, es wurde immer bedrohlicher, weil es nicht so stark ist, dass es nicht so stark ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dabei letztlich noch Frankfurt Zog also an meinem Standpunkt vorbei Am nächsten Morgen war sie dann da Die kalte Sophie Mit knappe Null Grad am Morgen Wind Und Wolken Und Regen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020